Oh, da seid ihr ja wieder! Und Wuschelkopf-Holny ist auch wieder da! Ja, ich seh ein bisschen durcheinander aus, aber es liegt daran, dass ich vielleicht mal meinen Friseur besuchen sollte. Nein? Achso, da wackelt jemand mit dem Kopf. Meine Freundin übrigens, mit dessen iPod ich jetzt aufnehme. Ihr merkt das vielleicht, andere Qualität, anderer Ton. Die schläft gerade, mit offenen Augen. Die ist wach! Verhaltet euch ruhig, verhaltet euch ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, sie ist weg, sie ist weg. Und holt wahrscheinlich Waffen, deswegen hab ich jetzt ein Messer und sowas. Nicht so viel Zeit. Ich kann jetzt auch leider nicht so laut schreien, wie ich sonst immer in meinen Vlogs mache, weil irgendwie sind meine wumpen Mundwinkel aufgerissen. Ich seh aus fast wie der Joker aus Batman. Ist doch eins zu eins fast. Ich muss noch ein bisschen blasser werden. Aber das kommt ja jetzt, weil ich jetzt wieder anfange aufzunehmen. Ich seh voll blass aus in diesem Licht. Naja. Ja, ich bin wieder da, ich mach wieder Let's Plays. Ich wollte erstmal Danke sagen für die ganzen Aufmunterungen. Aufmunterungen und so, das hat echt geholfen, war wirklich schön. Ihr seid echt toll und... Ah, kommt her. Ah, ich hab euch in meine Achseln gedrückt. Aber ich hab... Ihr habt noch nichts dagegen konntet. Es ist nur Umarmung. Eine männliche Umarmung und Frauen stehen eh drauf, wenn man sie in den Achsel steckt. Mit dem Gesicht. Macht das mal. Macht das wirklich mal. In der Disco. Geht einfach hin, sagt, hey Süße, willst du mal in meine Achseln oder sowas? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Soll ich meine Freundin kennenlernen? Soll ich noch sagen? Ja, ich hab leider nicht nur gute Nachrichten. Also eigentlich hab ich gute Nachrichten. Ich bin wieder da. Das Ding ist, nur alle Amnesia-Fans werden jetzt sagen, boah, dich finden wir und dich machen wir zu Staub und dann wischen wir dich weg. Ich werde nämlich jetzt erstmal eine kleine Amnesia-Pause einlegen. Es ist jetzt krass, ne? Aber ich hab mir irgendwie so gedacht... Ja, man hat's auch schon gemerkt. Wie hieß die letzte Custom Story? Rain? Da war ich schon ziemlich angepisst irgendwie. Und ich hatte auch irgendwie keinen Bock. Und stellt euch mal vor, ihr zockt eine Custom Story... Ne, nicht eine. Ihr zockt ein Spiel... ...hundert... ...irgendwieviel Videos. Stellt euch das mal vor. Hundert irgendwieviel. Jetzt hab ich grad überlegt. Gronkh hat ja schon 980 oder sowas mit Minecraft, ja? Naja, nicht jeder ist ein Gronkh. Äh, ein Gronkh. Und deswegen wollte ich eine Pause machen. Ich brauch einfach eine Pause davon. Bitte. Bitte. Es kommen so andere tolle Spiele raus. Warte, ich hab mal aufgeschrieben, was ich so demnächst zocken werde. Einmal That's Base 3 mit der Diaryphine. Oh Gott, That's Base 3 ist so toll. Nicht. Aber mit der Diaryphine macht's Spaß. Alleine würde ich da, glaub ich, weinend untergehen. Es ist irgendwie... Naja, vielleicht entwickelt sich's ja noch ganz gut. Ich guck jetzt immer auf den Bildschirm, mit den großen. Aber ihr seid ja da. Ähm. Dann noch Tomb Raider. Macht auch verdammt viel Spaß. Das ist ein richtig geiles Projekt. Resident Evil 6 ist im Koop geplant. Mit wem? Das verrate ich noch nicht. Nein, nein, nein. Lass mich nicht bestechen. Ähm. Und nicht abstechen. Das zeigt das Messer wieder ein. Das hilft dir nicht. Dann noch Dead Island. Das alte, das neue kommt ja auch bald. Wird auch wahrscheinlich gezockt. Aber erstmal wird das alte Dead Island im Koop mit. Ah, ich glaub ja, mit einer gewissen Dame gezockt. Ja, so viel verrate ich euch. Und The Walking Dead, so weit wie Instinct, hab ich auch aufgeschrieben. Das wird auch noch gezockt, ist jetzt irgendwie rausgekommen. Voll an mir vorbeigeflogen. Aber auch ein geiles Spiel. Zombies. Hallo, Walking Dead. Muss man mögen. Muss man mögen? Ja. Meine Freundin nickt mit dem Kopf. Kann auch sein, dass ich gerade einen epileptischen Anpf... Nein, ist okay. Ist okay. Ähm. Ja. Das war's jetzt eigentlich. Hab ich noch was zu sagen? Wollt ihr eure Wand sehen? Hey, hat sich nichts verändert. Ui, es hängen noch ein paar Bilder. Und so. Ah, mehr. Noch was zu sagen. Habt ihr was zu erzählen? Nein. Dann war's jetzt. Dann war's jetzt. Wenn ihr irgendwo Amnesia doch sehen wollt, dann könnt ihr auch zu anderen Leuten gehen. Zum Beispiel Sedi. Oder Little Confused Brain. Die zocken's, ja. Sedi leider nicht mehr so oft. Oder? Nein. Sedi spielt ja eher Fliege. Und befliegt Kackhoch. Ja, das ist unser Sedi, oder? Das ist unser Sedi. Wir haben ihn wachsen sehen. Jetzt der Groß. Gut. Dann... Ja, verabschiede ich mich jetzt. Und ihr müsst jetzt gehen. Genau wie der Schnee. Nee, der Schnee ist weg. Seht ihr's? Warte. Kein Schnee mehr. Gott. Ähm, ja. Macht's gut, Freunde. Tschüss.